Hallo, was geht? Willkommen zu dieses Video. Wir spielen wieder Fortnite. Und heute zeige ich euch immer, was es im Shop gibt. Wer sich den... Ja, Schneefuss. Schneefuss. Fuß, Fuß, Schneefuss. Und dann gibt es die Axe auch dazu. Dann gibt es die Zweitänze. Ja, ich spiele nur Smokies. Und dann haben wir noch den hier. Die Piloten, Tinder, die Axe, die da fallen schon. Und dann wollen wir sagen, guck mir mal, was heute geht. Ich bin einfach Solo. Scheiße, ich halte es nicht hin. Ich darf nicht spielen. Morita, ich schiebe zu. Ich bin ein bisschen weg. So. Ich bin da ein bisschen dran gekommen. Aber ich kann doch immer noch was sehen, ne? Ach ja, ich hab das hier vollgeschaltet. Ja! Ich bin glücklich. Nein, ich dachte lieber. Später. Und? Was ist bei euch so los? Nein, das ist gar nicht. Also, was? Ich wollte mich nicht sagen, dass da kein Video kam. Weil? Weil ich keine Zeit hatte. Mehr. Ich hatte so viel Stress gestern. Und ja, deshalb kam kein Video. Also, ich glaube, wenn ich backen kann, dass da nicht backen kann. Weil ich hüpfe, bockst nicht. Stein habe ich. Ach, what? Wenn ihr auf Pfeifen fährt. Kampfen, das schon mal mehr. Unfair. ? Ich habe mich Paddel. Pachtigate! Ich will den voll doll! Denk des Partys, Leon! Hallo! Du bist tot, du bist tot, du bist tot! Ich bin so ein Arsch! Hallo! Hallo! Ich hab trotzdem einen Kühl! Ich hab trotzdem einen Kühl! Das ist ja doch was! Leute, ich kann gleich noch mal spielen. Das war's nicht von dem Video! Ich hoffe, es hat euch! Ich hab trotzdem einen Kühl! Ich hab trotzdem einen Kühl! Ach, ich spiele noch eine Runde, oder? 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 Ich mach wieder um ein Party. Ich bin natürlich jetzt mein Liebdiensthaus. Wow Tschüss